Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Euch fällt sicherlich direkt auf, dass ich alleine heute hier sitze. Das liegt daran, dass Mareike aus gesundheitstechnischen Gründen leider nicht mitdrehen kann. Das wird jetzt vorerst auch erstmal so bleiben und wir hoffen auf baldige Genesung. Ich zeige euch jetzt die Neuzugänge aus dem August. Meine Bücher, die ich bekommen habe und die Spiele, die wir zusammen neu bekommen haben. Die Bücher von Mareike, die zeige ich nicht, weil da kann ich leider auch nicht so viel zu sagen. Und da wir kein Neuzugänge-Video im Juli hatten, sind jetzt auch ein paar Dinge dabei, die wir auch im Juli bekommen haben. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Also wir fangen dann direkt mal mit den Büchern an. Wie immer haben wir unter dem Video Zeitstempel. Das heißt, wenn ihr euch für die Bücher nicht interessieren solltet, könnt ihr auch direkt zu den Brettspielen rüberspringen. Und dann legen wir mal direkt los. Das erste Buch, Magnus Chase von Rick Riordan, oder wie auch immer man den ausspricht. Von dem Autor habe ich Percy Jackson schon gelesen. Da geht es ja um die griechische Mythologie. Hier bei Magnus Chase geht es um die nordische Mythologie. Und wer uns schon was länger folgt, der weiß ja, dass ich total auf den ganzen Wikinger-Kult und so stehe. Und da konnte ich dieses Buch nicht liegen lassen. Hier geht es darum, dass wir den sogenannten Magnus haben. Das ist ein Junge und seine Mutter ist gestorben. Und irgendwann trifft er auf seinen Onkel und bekommt von ihm prophezeit, dass er der Auserwählte ist. Und er muss dafür sorgen, dass Ragnarök aufgehalten wird. Und dazu muss Magnus ein Schwert finden und geht dann auf Abenteuerreise. Und ja, muss dann quasi, wie bereits gesagt, den Weltuntergang der Götter verhindern. Habe ich noch nicht gelesen. Ich bin mal gespannt. Ich bin momentan noch mit dem anderen Wikinger-Buch dran. Und ja, werde auf jeden Fall berichten, wenn ich das dann mal durch habe. Dann zum Geburtstag bekommen habe ich von Mareike Neil Gaiman, Nordische Mythen und Sagen. Ja, wie der Titel schon sagt, hier geht es um die nordischen Mythen und Sagen, die Neil Gaiman hier nochmal zusammengefasst hat. Ich habe da schon mal ein bisschen reingeblättert. Guter Schreibstil, alles sehr schön aufgebröselt mit den ganzen Dingen, die wir hier halt so haben. Und ja, habe ich noch nicht gelesen. Ich bin sehr gespannt. Ja, Neil Gaiman habe ich auch schon was anderes von gelesen. Ich finde den eigentlich ziemlich gut, den Autor, muss ich sagen. Und ja, hier jetzt mal so ein bisschen Sachbuchmäßiges von ihm. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Und zusätzlich noch zum Geburtstag habe ich den zweiten Teil der Schicksalswächter bekommen, nämlich Schicksalskämpfer. Hier von dem ersten Band, das war ja das Mystery Book, das ich von Mareike bekommen habe. Wer das Video noch nicht gesehen hat, gerne mal anschauen. Unsere Mystery Book-Reihe war sehr, sehr spannend. Hier der zweite Teil habe ich auch zum Geburtstag bekommen, habe ich noch nicht gelesen. Mir hat die Geschichte ja sehr gut gefallen. Ich möchte es auch gar nicht erzählen, was jetzt hier im zweiten Band passiert, weil sonst würde ich was aus dem ersten Teil spoilern. Habe ich tierisch Bock drauf. Also da habe ich mich richtig drüber gefreut. Ich glaube, es ist insgesamt eine Trilogie. Also ein drittes Buch würde dann noch fehlen. Werde ich definitiv mir auch noch holen. Nur momentan komme ich einfach nicht so sehr zum Lesen. Von daher. Aber das finde ich sehr, 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 sehr gut. Und das sieht auch richtig cool aus. Das erste Buch, das ist ja blau gehalten mit blauen Steinen. Jetzt haben wir hier rote Steine. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also hier geht es ja grundsätzlich darum, dass wir so Schicksalswächter haben mit dem Protagonisten Nick. Und da gab es in der Vorgeschichte quasi ein großes Regnum, wo so ein Dämon auf die Welt gekommen ist und die ganze Welt versucht hat zu zerstören. Und die Magier haben das quasi verhindert, indem sie diesen Dämon eingefangen haben. Und es wurde prophezeit, dass jetzt das zweite Regnum bevorsteht, weil es nämlich böse Magier gibt. Die versuchen, diesen Dämon zu befreien. Und Nick, der gehört dann in einem Haus an, der Schicksalswächter. Und die versuchen dann quasi, in das Schicksal einzugreifen und zu verhindern, dass dieser Dämon dann rauskommt und alle tötet. Ich bin echt gespannt. So, dann kommen wir direkt zu den Spielen. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Spiele haben wir mit dabei. Ne, es sind doch 5 Spiele, da sind das. So, dann haben wir einmal der Große Jahrmarkt. Da waren wir in Köln in der Innenstadt beim Spiele-Durst-Laden. Da waren wir auch zum ersten Mal schon in sehr coolen Laden, muss ich sagen. Und da habe ich der Große Jahrmarkt mitgenommen. In der Große Jahrmarkt geht es darum, dass wir einen Rummelplatz aufbauen müssen. Dazu wählen wir verschiedene Plättchen aus, die wir auslegen, auf denen wir dann verschiedene Rummelattraktionen bauen können. Sei es jetzt Dosenwerfen oder der Feuerspucker oder ein Karussell und Ähnliches. Und wir können dann noch Besucher einladen, die dann auf den Wegen unseres Rummels dann langspazieren und Tickets ausgeben. Und dadurch sammeln wir dann Punkte. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, dass Besucher ganz oben ins Zelt reinkommen, gibt es am Ende nochmal extra Punkte. Und das ist ein sehr kurzweiliges Spiel. Es macht Spaß. Man kann immer wieder so ein bisschen was anderes bauen. Das macht auf jeden Fall ziemlich Bock. So, dann haben wir noch die Weiße Burg aus dem Kosmos Verlag. Das ist noch eingepackt, beziehungsweise noch nicht ausgestanzt alles drin. Sind wir noch nicht so gekommen. Hier geht es darum, dass wir eine Burg haben. Und zwar am Hof des Daimyo. Daimyo oder Daimyo. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Und ja, das ist ein Dice-Placement-Spiel. Wir haben hier solche drei Brücken, die wir hier haben. Und da sind Würfel drauf. Und die müssen wir dazu verwenden, Aktionen auszuführen. Je nachdem, wie hoch die Aktion ist, beziehungsweise der Würfel, den wir dafür einsetzen, müssen wir entweder noch Münzen bezahlen oder wir bekommen Münzen ausbezahlt. Und müssen dann versuchen, unsere Familienmitglieder in unterschiedlichen Stellen einzusetzen. Im Garten oder auf dem Übungsplatz. Um dann ansehen, in Klammern, Siegpunkte dann einzuheimsen. Das Ganze wird in drei großen Spielrunden gespielt. Also es ist relativ knackig. Und was ist angegeben? 50 bis 70 Minuten. Kann ich noch nicht so zu sagen, weil wir das noch nicht gespielt haben. Aber es steht auf jeden Fall auf der Liste ganz oben. Was wir auch noch nicht gespielt haben, was jetzt vor kurzem eingetrudelt ist, ist das Spiel Darwins Journey. Ja, das ist auf jeden Fall ein Klopper. Ich habe mir die Anleitung schon mal kurz angeguckt. Über 30 Seiten Anleitung, wenn man die Solopartie mitzählt. In Darwins Journey geht es darum, dass wir hier ein Worker-Placement-Spiel haben. Und wir sind auf den Galapagos-Inseln unterwegs. Und wir bereisen quasi zusammen mit Darwin dann die Insel und versuchen, Exemplare zu ergattern aus dem Meer und vom Land. Und diese müssen wir dann einem Museum spenden. Und wir helfen Darwin quasi dabei, die Evolutionstheorie zu entwickeln. Und genau. Es ist angegeben, dass es 30 Minuten pro Mitspieler dauert. Alter ab 14 Jahren. Also definitiv ein Expertenspiel. Ich bin gespannt. Ich muss mich aber erstmal durch die Anleitung durchspülen. Und ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, weil ich da aktuell noch nicht so die Muße zu habe, muss ich sagen. Dann. Dieses Spiel haben wir auch neu. Die Ratten von Vista. Die Ratten von Vista habe ich das erste Mal gesehen, als wir auf der Spieldoch-Messe in Dortmund waren. Das lag dort aus. Hätte ich eigentlich auch gerne ausprobiert zum Spielen. Aber das war leider in dem Moment besetzt. Und wir waren ja auch noch mit unserer kleinen Tochter da. Das hätte dann auch alles so ein bisschen den zeitlichen Rahmen gesprengt. Und wahrscheinlich auch die Geduld meiner Tochter. Wir haben es auf jeden Fall schon einmal als eine kleine Anfangspartie mal auf den Tisch gebracht, um das mal ein bisschen reinzuschnüffeln, ein bisschen zu lernen. Uns hat das so ein bisschen an Woodcraft erinnert, wegen diesem Radmechanismus, wo man die Aktionen ausführt. Das ist ja auch ähnlich. Auf jeden Fall ist es so, dass wir unseren eigenen Bau haben von Ratten. Und wir haben drei Chefratten, mit denen wir drei Aktionen pro Spielrunde ausführen können. Das Spiel läuft über fünf Runden. Wir versuchen dann Dinge zu entwickeln, die uns weiterhelfen, die uns Punkte geben oder die uns gewisse Fähigkeiten geben, in Form von Wahrnehmung oder Fitness oder Stärke. Und wir können dann in das Haus eindringen und dort erkunden. Wir können Gastmäuse bei uns einladen, wenn wir uns im Bau weiter ausgebaut haben. Und können dann auch dort im Keller des Hauses, können wir dann den heiß begehrten Käse ergattern, der uns dann ganz viele Siegpunkte gibt. Und wenn dann die fünf Spielrunden vorbei sind, dann gewinnt derjenige, der die meisten Punkte hat. In unserer Anfangspartie hatten wir zwei oder drei Runden, ne, drei Runden hatten wir gespielt. Hat uns auf jeden Fall Bock gemacht, das Spiel. Mareike hatte nach dieser kurzen Partie auch schon gewonnen. Das möchte ich auf jeden Fall beim nächsten Mal ändern. Da will ich nämlich gewinnen. Und dann werden wir das Spiel auf jeden Fall auch mal zu Ende spielen. Das heißt, ich kann dann auch da auch nochmal ein Feedback zu geben, wenn wir das dann komplett durchgespielt haben. Und was wir auch noch neu haben, das habe ich nämlich auch noch zum Geburtstag bekommen. Das ist Bonsai, auch aus dem Hause Kosmos. Wie ich sehe, haben wir hier zwei Spiele von Kosmos heute dabei. Bonsai, hier geht es darum, dass jeder sein eigenes Bonsai-Bäumchen kultiviert. Das ist ein Lege-Plättchen-Spiel. Und das funktioniert, indem wir hier eine Auslage von Karten haben, die wir uns auswählen können. Da haben wir entweder Werkzeugkarten oder Wachstumskarten. Oder es gibt auch hier solche Zen-Meister und Helfer, die uns zur Seite stehen. Und durch die Auswahl der Karten bekommen wir unterschiedliche Plättchen dann als Ressource in unser Lager. Und wenn wir dann die Kultivierung durchführen, können wir dann diese Plättchen anlegen und so dann einen schönen Bonsai kreieren. Je nachdem, welche Siegpunktkarten ausliegen, geht es dann eher darum, dass man viele Früchte anbaut oder eventuell auch Blüten anbaut, um dort dann die meisten Punkte zu bekommen. Und das wird dann durchgespielt, bis keine Karten mehr zum Nachziehen sind. Und am Ende gewinnt dann derjenige, dessen Bonsai die meisten Punkte gibt. So, das war jetzt ein kurzer Überblick über die Neuzugänge, die wir im August und halb auch aus dem Juli haben. Die Bücher von Mareike, die zeige ich nicht. Die können wir eventuell mal auf Insta posten. Solltet ihr uns da noch nicht folgen, folgt uns dort auch gerne. Lasst gerne einen Kommentar, da kennt ihr eines der Spiele, das ich euch gezeigt habe. Habt ihr auch schon mal eins davon gespielt? Wie findet ihr die? Und solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, lasst gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!